Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Eurotrack Simulator 2. Wir sind immer noch unterwegs nach Miribor. Und Miribor liegt unten in... Lasst mich nicht lügen. Ja, da. Und das Ziel ist tatsächlich Serbien. Serbien ist unser Ziel. Ich bin gespannt, wann wir ankommen. So, gefahren wird 25 Tonnen Diesel. Und wer braucht eben mal nicht 25 Tonnen Diesel? Das kann ja irgendwie jeder gebrauchen. Und deshalb fahren wir die mal flott darunter. Und danach hoffe ich natürlich, dass wir ein lukratives Angebot bekommen, uns Richtung Sitten... Entschuldigung, Serbien zu bewegen. Ich hoffe es natürlich. So, wir verlassen also... Ne, wir kommen jetzt gerade in Bremen an. Wir waren gerade in einem Vorort so gesehen und haben unseren Auftrag dort abgeholt. Und fahren jetzt in Richtung... Ich weiß gar nicht, in welche Richtung wir jetzt weiterfahren. Wir gucken mal kurz. Ah, da vorne kommt die Beschilderung. Mal gucken, welchen Kurs wir nehmen. Ah. Also mit den ganzen Modifikationen macht ETS 2 noch mehr Spaß. Und das wird auch nicht die letzte Modifikation sein, die wir einbauen werden. Ab übernächste Woche gibt es dann wieder den Wetter-Mod. Beziehungsweise... Ah, ich hab Vorfahrt! Arschloch! Dann gibt es wieder diesen Wolken-Veränderungs-Mod. Natürlich auch Klima und so. Und das wird natürlich wieder richtig geil werden, damit unser Himmel mal wieder vernünftig aussieht. Runtergeladen habe ich schon alles. Jetzt dauert es noch ein bisschen, bis ich dazu komme, es zu installieren. Weil irgendwie bin ich, ja, manchmal zu faul. Oder zu langsam. Ich denke mal zu langsam. Und das Ganze befindet sich dann wieder in einer Beta. Das bedeutet, ihr könnt leider noch nicht dran teilnehmen. Oh! Das ist beunruhigend. Wir haben einen niedrigen Tankfüllstand. Ich habe vergessen zu tanken. Ich meine, wir haben zwar Diesel dabei, aber... Oh! Ja, werden wir schon schaffen. Ich bin da immer guter Dinge. So. Ihr habt wieder... Oh mein Gott, Entschuldigung. Jede Menge Fragen eingereicht, an die ich mich jetzt wagen möchte. Achso, sorry, dass ich zwischendurch aufstoße. Ich trinke momentan einen Entity-Drink. Und... Ja, doch, der lässt einen schon extrem aufstoßen. Muss ich zugeben. Also, ihr könnt Fragen immer in die Kommentare reinschreiben mit Hashtag Frage. Oder Hashtag Thema für ein Thema, was ihr gerne angesprochen haben möchtet. Und dann werden wir uns damit natürlich befassen. So, ähm... Und zwar... Moment... Der Otzi Jonas oder Jonas fragt, Hashtag Frage, kannst du mal die Türkei-Mod runterladen? Wusste ich gar nicht, dass es gibt. Die Frage ist jetzt eher, ist es kompatibel mit Pro-Mods? Wenn nein, dann eher nicht. Aber ich werde mich mal schlau machen. Hier sagt einer, ich soll mal die Mods von JZCat benutzen. Gucke ich mir auch mal an. Ähm... Jetzt gucken wir mal kurz. Wo haben wir denn noch hier... Ich glaube, in dem Part waren weniger Fragen, sondern viele Kommentare. Was mich natürlich richtig glücklich macht. Also, Kommentare beleben ja, äh... Meine nächtlichen Unternehmungen, weil ich lese abends grundsätzlich alle Kommentare, die ihr schreibt. Von daher, schreibt ruhig rein. Und dann kann ich auch beantworten. Ähm... Hashtag Frage vom Euro Truck Simulator 2 Fan. Und zwar... Musstest du nicht mal AdBlue nachfüllen? Und was ist das? Ein Mod? Oder ist das im Spiel? Ne, AdBlue ist im Spiel, ganz normal drinnen. Und AdBlue wird beim Tanken automatisch nachgefüllt. Von daher... Ähm... Mussten wir uns da drum zum Glück nicht kümmern. Das wäre ja noch der Hammer, wenn wir uns darum jetzt noch kümmern müssten. Obwohl... Ich denke mal, meine Güte, ne? Also... An jeder Tankstelle gibt es dann wahrscheinlich AdBlue. So, hier war nochmal die Frage mit der Türkei. Hashtag Frage, was ist dein Traumauto? Fragt der Fabi. Lieber Fabi, mein Traumauto ist momentan ein Nissan 370Z in der 2017er Edition. Ein wunderschönes Auto mit relativ viel Platz vorne. Gemütlich ist er, sportlich und natürlich auch schick anzusehen, ne? Und Sound, müssen wir nicht drüber reden, ist ein Nissan. Kommt immer gut was raus. Und so, jetzt machen wir noch die nächste Frage. Und zwar Hashtag Frage, woher bekomme ich die Pro Mods? Und das Thema ist ja ein langwieriges Thema hier auf dem Channel. Und dazu werde ich dann jetzt die Tage ein Video hochladen, wie man sich denn die Pro Mods runterlädt. Anscheinend scheint das sehr schwer für euch zu sein oder für manche, aber es ist eigentlich die kinderleichteste Aufgabe der Welt. Und tja, von daher denke ich mal, kriegen wir das auch gut erklärt. Und dass es dann auch jeder versteht. Ich möchte ja nicht, dass hier einige Leute einfach nicht in den Genuss der Pro Mods kommen, nur weil sie es nicht hinbekommen, es zu downloaden oder zu installieren. Es wird ja noch nicht mehr wirklich installiert. Es wird ja nur eingefügt. Von daher... Aber es scheint schwer zu sein. Von daher ist das kein Problem für mich. Ich werde euch gerne dazu ein Video machen. Danke an Tina T. Für 14.843 Euro. Wir haben fleißige Fahrer momentan. Bei uns. Ich habe aber auch Angst, dass uns gleich der Saft ausgeht. Also wir werden da vorne jetzt abbremsen müssen und beschleunigen. Wo ist die nächste Tankstelle? Puh, die ist ganz schön weit weg. Schaffen wir nicht. Ist hier eine? Nein. Werkstatt. Schlafen. Schlafen. Nein. Schaffen wir das, Leute? Ja, wer weiß. Wir probieren es. Komm, Leute, wir probieren das. Ich meine, mehr als stehen bleiben können wir nicht. Das sind 120 Kilometer, die wir noch fahren können. In dem Tempo gerade aktuell. Und ich hoffe einfach, dass es klappt. So, ich gehe mal komplett vom Gas runter. So, kurz ein bisschen auf die Bremse. Nicht viel. So, und jetzt hier den Schwung. Zum Beschleunigen wieder nutzen. Die Straße ist schon so alt, hier kommt Gras aus dem Boden gewachsen. Super. Oh mein Gott. Hashtag. Der Moment. Wenn der Gegenverkehr nicht nachkommt. Wir haben also beim Beschleunigen eine Anzeige bekommen. Das ist schön. Da freut man sich doch. Ich könnte kotzen. So, ich hoffe, dass wir das schaffen. Ich meine, wir haben noch 37 Schlitter. Der Scania Tee verbraucht, äh, der Scania hier verbraucht jetzt nicht wirklich viel. In diesem Gemütlichfahrmodus so gesehen. Von daher, ähm, denke ich mal, ähm, um die Geschwindigkeit zu halten, braucht er so 40,5 Schlitter. Aber auf die 100 gerechnet. Von daher kommen wir mit diesen 36 Schlittern echt lange aus. Wir können ja mal, eigentlich, ähm, da wir jetzt eh so knapp bei Kasse sind mit unserem Sprit, nehmen wir mal den wirtschaftlichen Modus. Der arbeitet ein bisschen effektiver, meiner Meinung nach, was, ähm, den Spritverbrauch angeht. Und, dass wir da ein bisschen besser klarkommen, denke ich mal, ist das eine gute Wahl. Aber, ich denke, ja, wir haben noch 32 Schlitter. 31. Noch 70 Kilometer kommen wir. Und hier ist das Schild. Wie viel Kilometer? In 1500 Kilometern, Leute. Also, in 1500 Metern, also 1,5 Kilometer. Dann haben wir unsere Tankstelle erreicht. Oh, der Sprit wird wenig. Wir fahren hier gerade bergauf. Um die Geschwindigkeit zu halten, haut er richtig rein. Al caramba. Was der uns an Tank kostet, dieser Scania. Das ist unfassbar. Also an Sprit. Guckt euch das an. Das ist so, als ob man mit einem Mercedes-AMG Vollgas fährt. So sieht das hier gerade aus. Wahnsinn. Also, ich konnte so etwas Ähnliches mal beobachten, wo wir mit unserem Renault Megane 240 auf der Autobahn gefahren sind. Da hat sich die Tanknadel, beziehungsweise die digitale Anzeige, auch relativ schnell verabschiedet. Aber wir haben es geschafft. Wir sind an der Tankstelle angekommen. Sehr gut. Was macht denn das Schläferstündchen? Sollen wir schon mal schlafen? So. Einmal volltanken, bitte. Hier sieht man zum Beispiel nicht das AdBlue. Kann aber auch sein, dass er keins hat. 700 Liter passen rein. Kostet uns 736 Euro. 681,85 Liter haben wir getankt. Bevor wir vom Hof sind, haben wir schon wieder einen Liter verloren. Also, ökonomisch ist was anderes. Ja, ist schon zwei Liter weg. Drei Liter weg. Vier Liter weg. Fünf Liter. Geil, Leute. Der Scania, das ist eine Maschine. Das ist unfassbar. Aber V8 halt, ne? V8 ist halt eine Macht. Aber dafür kommen wir aber auch gut vorwärts mit unserer Ladung. Von daher ist das auch erstmal kein Problem. Aber schön. Schön hier vor allen Dingen. Wie würde es euch eigentlich gefallen, wenn wir mal so 20 Minuten Videos machen? Hättet ihr was dagegen? Oder gefällt euch sowas nicht? Oder meint ihr, das ist zu lang? Eher so im Ferienbereich kann man sowas machen. Wie sieht es da bei euch aus? Schreibt es mal in die Kommentare. Interessiert mich auf jeden Fall. Ob ihr eher so 15 Minuten mögt oder eher 20 Minuten. Aber auch nur die Leute reinschreiben, die wirklich die Videos schauen. Weil die meisten zappen ja eh nur durch. Und jetzt schreiben natürlich viele nein. Also zappt natürlich kaum einer durch. Leute, glaubt mir. 90% der Zuschauer meines Kanals zappen durch. Und zwar nach 4 Minuten wird durch das ganze Video geklickt. Das ist der Hammer. Und ja, man kann sowas nachvollziehen. Von daher fände ich die ehrliche Meinung schon am wichtigsten. So, hier rechts geht es nach Magdeburg. Stadtfeld und... Das andere konnte ich gar nicht lesen. So schnell war es weg. Schade, dass wir keine 130 fahren dürfen. Ich glaube aber, dann wäre unser Tank leer. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dann wären wir leer. Definitiv. Ich finde die Umgebung hier echt schön. Oh mein Gott, war das laut. Oh mein Gott. Oh mein Gottness. Das ist ja hier Berufsverkehr ohne Ende. Das ist ja der Wahnsinn. Also ich denke mal schon, dass das stark nach Berufsverkehr aussieht hier. Alles andere würde mich zumindestens wundern. Richtig viel los hier auf der Autobahn. Ja, aber warum auch nicht? So muss das sein. So muss das sein, Leute. Es muss einfach viel los sein. Auf Autobahnen. Sonst ist es einfach unrealistisch. Und durch diesen Mod, den wir haben, ist es einfach realistisch. Hallo Kollegen. Einmal Zoll und einmal Polizei. Okay. Wen wollen sie rausziehen? Ich hoffe ja nicht uns. Wir haben natürlich nichts zu verbergen. Hat Peter hinten im Hintergrund. Ja. Schmeiß alles raus. Okay. So. Und dann würde ich sagen, Leute. Sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin. Bleibt mir seid. Danke fürs Zusehen. Und Tschüssikowski. Und Tschau.